war zeit erst mal das kopf begrüßung weil ich hätte es noch keiner auf jeden fall leute mit dabei ist heute belaner mal kommt vielleicht auch noch auf jeden fall leute an die die leider keine ankündigung bekommen das kann sein dass ihr bitte nicht stört sein oder auch kein allerdings oder auch aufsteigen seite und einfach nicht mitbekommen auf jeden fall belaner komunter wir haben auf jeden fall vorgearbeitet weil wir im video gemacht haben und warum sind das schwerter drin ich habe keine ahnung wo wir müssen die raustun weil das ist nur für das ist eine essenskiste vielleicht hatte jemand keinen platz ja und dann tut das aber nicht da rein hier ist auch ein kistenlager alles von jedem eine kiste es ist aber es ist sehr krass dass ich schon eine ende dass wir schon eine enderpelle haben ich hatte fahrt hier ein bisschen immer gehört da ist was gebaut was genau macht das leute 67 stunden heute es gibt es eine nachts wir wollten um 16 uhr anfangen aber wir haben um 17 uhr angefangen deshalb geht es bis 17 uhr nachts also deshalb ist es also leute ihr habt heute schon mal chips ich habe ich habe mich vorbereitet seit stammen und pringels nicht dein ernst meine lieblingschips pringels ich würde eigentlich um 16 uhr heute anfangen ging es nicht ich muss mir auch mal alles zurecht machen also wartet ich mache da kommt mein check buchen da schreibe ich meine sachen auf geht es kommen das buch kommt so ok füße entschneiden ach so leute ich ziehe mir kurz eine spartose an bin der wieder da wir landern unterhalten ich bin aber schältchen unterhalten mach jetzt sagt einfach irgendwas war eine vagina was ich bin weg die armen wir dürfen das unterscheidert nicht hören leute am besten ist dass ihr ein abo da lässt für moritz und ein like da auf diesem stream ja ich bin scheiße unterhalten unterhalten aber ich habe gerade dieses blödenbiom gefunden wo diese pinke bäume sind und leider kann ich nicht mehr streamen machen und das finde ich sehr blöd ich werde nicht so welche wörter benutzen ja weil ich muss eine normale person sein wenn ich streame also wenn moritz streame nicht ich ja und ich sammeln grad schaffe und ich bin eigentlich die immer aus dem haus weg geht aber wenn ihr den wenn ihr mitspielen wollte der server wird gleich reingeschrieben wenn ich erst mal mein google anmachen wartet und 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Warum ich eigentlich mitspiele? Ich bin bei jedem Video fast dabei. Nice. Ich habe Gold gefunden. Das ist sehr gut, weil das sind für die Peglins gedacht eigentlich. Das ist sehr gut. 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 Ich habe das gut. Genau. Das ist sehr gut. Das ist ein gut. Das ist schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Leute, ich muss aufgehen. Vielen Dank. 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 Ich weiß. Wie kann man... Ich... Okay, okay. ... 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 Ich bin wieder da. Auf jeden Fall mache ich mir mal eine Liste. Ich schreibe mir kurz nochmal Sachen auf, was wir heute noch machen. Okay, die Liste brauche ich noch. Okay, warte Leute, schreibt jetzt rein, also wir können ja nur auf jeden Fall Minecraft. Okay, einmal Minecraft zum zweiten Roblox. Also auf den Minecraft Server kann man einstellen, dass man bei den beiden Versionen aufkommt. Das weiß ich. Ja, wie das geht, keine Ahnung. Viel Zuschauer, perfekt Leute. Also Roblox, wer hat Bock auf Gartic Phone? Ich schreibe mal Gartic Phone. Da gibt es Gartic Phone. Und dann noch, Leute, noch eine Sache. Ich glaube, Shorts. Shorts. Und dann aussuchen. Ich denke, also Minecraft machen wir jetzt so 1 oder 2 Stunden. Dann kommt Roblox. So 1, 2, 3 Stunden. Gartic Phone so nur so 30 Minuten. Shorts gucken machen wir vielleicht eine Stunde. Aussuchen. Also guck mal. 2 plus 2 sind 4. Plus eine halbe Stunde sind eine halbe Stunde. Also 4 Stunden und eine halbe Stunde. Shorts haben wir gesagt. Nochmal. Eine Stunde. Das sind dann 5 Stunden und 30. Aussuchen. Das geht bei den Server Einstellungen. Achso, ja, da. Ah, okay. Warte, ich guck mal, ob das geht. Also Java und Bedrock können dann rauf. Aber nur die beiden. Aber wo genau geht das? Bei Optionen, oder? Warte. Na, keine Ahnung, wie das geht. Okay, Leute. Äh. So. Gartic Phone machen wir aber später über Google. Du bist mein Lieblings YouTuber. Das freut mich sehr, wenn ich dein Lieblings YouTuber bin. Da bin ich sehr froh. Also guck mal. Minecraft 2 Stunden oder 1, ja 2 Stunden. Und dann Roblox 3 oder 2 Stunden. Ich denke 3 machen wir Roblox 3 Stunden. Gartic Phone machen wir ja nur eine halbe Stunde. Shorts gucken eine Stunde. Aussuchen dann. Dann dürft ihr euch die Spiele aussuchen, ob ihr wieder Minecraft spielt. Roblox, Gartic Phone, Shorts gucken oder einfach irgendwas machen. Oder ob wir ja, ja. Ihr wisst. Auf jeden Fall machen wir das jetzt. Wie ihr wisst, das ist meine Server IP da oben. Ihr könnt wirklich drauf, könnt ihr euch dann aufschreiben. mit, 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 mit reden, die auch ähm, dann ja, wie soll ich sagen? ähm, die dann auch auf meinem Server sind. Die dürfen dann erst mal reden. Belana kommt ja auch drauf. Also ist das gut auf jeden Fall. Also Fahrradbus. So, ich würde mir so einen Namen niemals geben. Ich hab halt schon Moritz Bauer. Ich hasse Mulher deswegen. Warum? Keine Ahnung. Weil ein Bauer ist. Mulher Bauer, Mulher Bauer, Mulher, 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 Mulher. Ich nenne ihn ab jetzt Mulher. Mulher! Der wird so genervt sein, weil er mich immer Moritz Bauer nennt. Und ich schalte mich dann, ich schalte die dann stumm und dann ähm, höre ich nur noch die. Also sie nicht, die nicht. Ich brauch Belena. Wir haben gleich kein Essen mehr. Leute, uns geht gleich das Essen aus. Wenn, dann werden wir uns einfach Brot holen. Aber Leute, meine Fans, also die, wenn ich euer Lieblings YouTuber bin, dann muss ich, müsst ihr auch immer an Start sein. Ach, Digga, ein Mikrofon. Leute, ich hab mir so das Gefühl, dass ich das Mikrofon, was ich gerade habe, verkaufe und dass ich dadurch ein Headset nehme, was man aufladen muss, also wo man auf eben was Bluetooth hat, relativ sozusagen. Ich kriege sie noch mal in die pupil zu ver helpen. Das ist ja eigentlich 5 Zuschauer. Eigentlich 5 Zuschauer. Per, per. schreibt dann bitte in den Chat, wenn ihr euch meldet, Leute, in den links, weil ich kann jetzt nicht beides gucken. Ich habe heute eine geniale Idee. Ich mache einmal, äh, ich brauche drei Bildschirme, Leute. Okay, Leute. Petsimulator hat ein neues Update. Boah, Digga. Das gucke ich mal kurz. Leute, guck mal, es gibt P-Ein, 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 da kommt schon Petsimulator. Ach so, Scheiße, Piggy. Piggy, Schwanz, guck, Piggy, Schwanz, guck, Piggy, Schwanz, guck. Das Update ist noch nicht mal draußen und die Updates kommen auch eh erst um, oh, Digga. Petsimulator, bin gespannt. Hoffentlich ist es das, ähm, ein gutes Update. Ich geh mal kurz rein, Leute. Aber wir zocken noch nicht die ganze Zeit Roblox. ich verlasse aber auch gleich wieder, also lohnt sich jetzt nicht zu joinen und ja 4? achso, gab es ja schon immer Spongebob Schwanzkopf Spongebob Schwanzkopf Spongebob Schwanzkopf Spongebob 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 Leute kommt auf meinen Server, ich gucke ein Videos immer dummhals verstanden, oh Gott, okay, tschuldig, Leute, guck mal, wir werden alle Häuser uns so stehen lassen, wenn wir gehen. Also, heißt, wenn wir umziehen, lassen wir auch das Feld, auch das Wasser und so, wenn wir umziehen, ziehen wir nicht komplett um, also wir lassen auch das da, weil guck mal Leute, das ist so ein Grab sozusagen, wenn Leute joinen, das ist so die Erinnerung und jetzt, dann, ähm, und dann dürft ihr, ja, ihr habt jetzt ein kleines halb gebautes Haus, das wird doch nicht mal fertig gebaut, hier habt ihr dann wahrscheinlich ein Haus und hier ist dann unsere alte Unterkunft, die Westen erwischen das dann, dann habt ihr hier Betten, die Betten nehmen wir aber natürlich mit, Leute, aber dann habt ihr hier so ein Raum, Kisten nehmen wir auch mit, Ofen und so nehmen wir alle, alles mit, fackeln nehmen wir mit, und guck mal Leute, wie ein Break in, wie ein Break in 2, guck mal, wir machen jetzt, ja, alles dunkel, und weiter unten, okay Leute, mach mal kurz alles dunkel, alle fackeln, okay, warte, also wir machen jetzt dann, die fackeln gleich wieder von, ja, die meinen, guck mal, ihr spawnt hier, warte, der Spawnt ist denn aus, guck mal, man spawnt hier Nacht, also, oder Tag, und es ist Nacht, und du bist hier, guck mal, wir spenden, wir nennen uns jetzt vor, dass das leer wäre, oder warte, wir machen mal kurz jetzt das hier ab, wir machen, wir reparieren das natürlich gleich wieder, okay, dann sind so ein paar Stellen kaputt, okay, warte, eine Stelle da, darf gewachsen, wachsen noch, aber nur eine Stelle, okay, und hier ist auch ganz viel zertrampelt, alles kaputt, alles kaputt auch, kaputt, hier sind Löcher, hier ist wenigstens ein Loch, dazu, und dann, guck mal, du spawnt halt hier, und dann, hier, überall, alles aus, keine Lichter, komm, komm, weg damit, und dann bist du halt hier, und dann hier, hier war früher diese Bühne da, wo man sich immer hingestellt hat, die gibt's auch noch, und dann, guck mal, hier, da gibt's alle, als wären alle ausgestorben, sozusagen, guck mal, hier ist noch ne Kiste, hier ist so noch, und da weibts noch, und hier alles zertrampelt, dann guckst du erst mal den Außenbereich an, dann guckst du dir das Haus hier an, alles kaputt, hier leuchten auch noch ein paar Fackeln, guckst du dir das Feld an, jetzt war noch Wasser dran, aber zerr kaputt, und dann findest du ein Loch, und das ist das generelle Loch, und dann gehst du hier rein, und das ist dann ein Unterkunft, guck mal, du bist hier drin, und dann siehst du hier Ofen, wo Kohle drin noch drin ist, und sogar noch mit Gold, und hier ist noch Fleisch, das ist nichts, dann gehst du hier an die Seite, das sind Betten, blau, pink und rot, und da ist ne Kiste, voll viele Items, hier ist auch noch was, und hier sind leer und leer, und was zu verlassen ist, oder ist hier noch ne Miene, und dann denkst du dir, geil, da werd ich einziehen, und dann nimmst du Fackeln, platzierst Fackeln hier, und machst deinen Spaß, und dann hast du, wer ist da? Tut mir leid Moritz, ich musste offline. Du musstest, ey Bilana, ich hab grad meinen Zuschauern gezeigt, wie das wär, wenn ihr verlässt, und wir nicht mehr da sind, also weggezogen sind, und was sie machen können, wenn wir weggezogen sind, und da hab ich halt das alte Versteck nochmal genommen, von, also unser Versteck genommen, und dann hab ich den, ähm, so gezeigt, ihr könnt es ja dann benutzen, unser Versteck. Ich trink grad Pfirsichtee. Der Ernst? Ja. Und ich trink, und ich trink, ähm, Bubble Tea, Spaß, ähm, ich trink, grad, keine Ahnung, Eistee. Hey, Pei, wo bist du denn gerade? Zu Hause? Ja, ich bin grad zu Hause, macht wieder das Weizenfeld. Nein. Ich musste mich telepathieren, weil ich ganz weit weg war. Wo wollten die überhaupt, dass die Häuser bauen, die neuen, die wir bald bauen werden? Ich weiß es einfach nicht. Wir müssen umziehen, deswegen müssen wir schon alles machen. Ich schreib mir die Koordinaten auf, ich hier nochmal. Warum hab ich das nicht früher gemacht? Hey, ich hab's euch doch noch vorhin gesagt. Ich war auch nicht da. Hey, Mali, ähm, doch, doch, ihr wart noch da, ihr wart da. Achso, ja. Ich war bei Gästen. Heute war das. Heute? Darf sie so gesagt, wir haben einen Ort, wo wir wohnen können. Sag nicht, wir graben uns wieder an so einen scheiß Berg rein. Das wär mal, war dann wieder die geniale Idee. Warte auf mich. Hä? Warum kommst du mit? Das war ich mitkommen will. Aber, wir finden ja nicht mal unser Haus. ganz weiter. Digga, du bist so getarnt. Scheiß drauf, wir können uns ja einfach töten. Verlieren wir denn, warte, wir verlieren noch unsere Items. Nicht. Mache ich? Hey, Digga, mach dich fehler. Nein, du darfst nicht in Game Mode verboten. Hey, ich bin nicht in Game Mode. Hast du deine Sachen verloren? Nö. Ich hab's eingestellt. TP, Moritz, Parallel. Ah! Ich bin grad kurz durch die Mac geflogen. Alter. Ich erschreike dich. Hä, aber warum, wir können doch jetzt nicht wegziehen. Das ist zu geil. Hier grad. Ja, aber ich weiß, dass es hier direkt vom Spawn bei den ganzen Leuten ist. Wir müssen halt, ich weiß, dass wir wegziehen müssen. Ich weiß, wir ziehen auch noch nicht weg. Wir warten noch ein paar Mal, ein paar Mal. Wir spielen noch so dreimal oder fünf Mal Minecraft und machen auch noch mehrere Folgen. Und, ähm, wir bauen ja auch nicht. Nein, bauen wir das nicht ab! Das ist Maliks neuer Penus. Spaß. Ähm, das ist der, das ist immer der Spawnpunkt. Das haben wir gebaut. Ja, und das soll das sein? Warte. Ein Penus. Warte. Ey, mach das wieder hin. Warte. Warum ist dieser Baum hier eigentlich? Keine Ahnung, mach das einfach wieder hin. Och, Digga. So. Mach das weg. Das ist der Spawn. Leute, falls wir weggezogen sind, falls wir wegziehen, dann könnt ihr unsere Höhle einnehmen. Die ist halt eh alles ausgeräumt und so nicht, wie ich euch gerade gezeigt habe. Wie einfach ein Break-In. Man geht hier rein, halt noch die scheiß Tür oder irgendwann sieht ihr hier noch hier die Ofen. Das ist nicht so. Sondern komplett kaputt. Alles. Ey, geh mal. Boa, jetzt geh doch mal zum Spawn. Och, Digga. Ja. 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 Also, das ist mein Penus. Der kommt dann bei dir rein. Hey, ich beobachte dich. Guck mal nach oben, hinter dir. Ah! Oh, ich warte. Water Energy. Oh, Gott. Für Water Energy killt man dich. Weil Water Energy geschafft, das muss man nicht killen. Renn um dein Leben. Okay, ich suche eine Höhle. Oh, mein Gott. Ich suche eine Höhle. Und dann spiele ich da runter und mache Water Energy. Ey, warte. Belana, lass mal in diesem Waldheide den Sieg spielen. Sneak mal. Warte, bleib mal kurz stehen. Bleib mal kurz stehen. Water Energy. Ich tötest mich noch. Nein, ich töt dich nicht. Aber bleib mal kurz stehen und Sneak mal. Ah ja, wann siehst du den Namen nicht. Okay. Okay. Jetzt, wann siehst du ihn zwar aber sehr blass. Okay. Kein blassen Schimmer, dass ich das geschafft hab. Du hast so verkackt eben grad. Lass dich mal Heil und Sieg spielen. Ich geh dich mal mit der Lava. Belana. Ich geh in diese kleine Höhle rein. Da ist sie reingerannt. Also in diesen kleinen Bunker. Du weißt nicht, wo ich bin. Ich weiß. Doch, ich weiß es eigentlich. Hey, woher weißt du das? Ich bin mit diesem kleinen Gang gerade gerannt. Ja, aber du hast mich nicht gesehen. Hö, pisse dich. Verrat mich doch nicht. Water Energy. Water Energy. Water Energy. Weißt du, wo du bist? Water Energy machen? Wich nicht, wich nicht. Warte, warte. Ich hab was gefunden. Nein, warte. Warte. Warte, das ist sehr geil. Ich zeig dir was. Ich zeig dir was. Okay. Nicht töten. Ich hab gesagt, nicht töten. Okay. Hey, du, das ist ein bisschen unfair, ne? Du sollst, komm zurück ins Haus jetzt. Aber das, warte doch. Aber da ist was Gutes. Ich, guck, ich hab doch gesagt, dass da ein Spawner ist. Hä, wirklich? Ja. Wirklich? Ja, hier war ein Spawner. Ich hab ihn jetzt abgebaut. Warum, Digga? Du bist so dumm. Hey, Digga, das war eh ganz weit weg. Ja, töte mich mal und dann komm zurück. Ja. Okay, lass mal ein paar Sachen schon mal einpacken und bald wegziehen. Moritz, mach schon mal. Ich will nur ein Axelorti suchen. Ich will umziehen. Ich will nicht mal in dieser Höhle leben. Ich will umziehen. Ich weiß, aber du musst mal ziehen. Nimm ein paar Sachen mit. Können wir halt den Sieg spielen? Ja. Lass halt den Sieg im Wald spielen. Komm zurück. Also du suchst als erstes, okay? Okay. Geh runter, okay? Geh runter hinter die Tür. Okay, und ich hab jetzt eine Minute Zeit. Ich zähle. Okay, oder du zählst. Du zählst in den Kopf. Nicht laut. Okay. So, auf jeden Fall muss ich mich jetzt verstecken, Leute. Wo genau, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall ein guter Versteck. Oh, Leute, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Jetzt seht ihr, Leute, es geht. Locker geht es, locker. Okay, ich bin sogar jetzt schon fertig. Kannst du mich suchen? Okay. Na, mein süßer Axelotte. Na, mein süßer. Da ist mein süßer Axelotte in mein Eimer. Nein! Ich hab's nicht schworzt. Wir dürfen aber nicht abhauen, ne? Nee. Mach mal deinen Bildschmer tragen dran. Na gut. Mach deine Bildschmer-Tragung an. Erst dauer. Schau dein Leben. So. Bist du vielleicht hinter einem Baum? Kann möglich sein. Scheiße. Verpiss dich! Hab dich gefunden! Na okay, ich zähle. Ich muss mal kurz was einstellen. Sagst du irgendwas komisches? Alter, ist das nervig. Ich bin noch mal weg. Ich bin noch mal weg. Ich bin noch mal weg. Ja. Weil du bist so ein Scheiß-Dreck auf Discord. Belana, bei mir steht, hallo Tab, Freund. Belana, du Nutte. Was? Hilf mir mal. Warum? Ja, weil, weil du es kannst. Wenn du es nicht kannst, dann kannst du meinen Server verlassen. Weil was soll ich dir helfen sagen? Digga, bei mir steht gerade auf Discord, Digga, hallo Tab, Freund. Als Beschreibung, keine Ahnung. Dann steht da unten, du kannst Discord mit der Tab, 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 keine Ahnung was, ähm, und den Falsch dann, keine Ahnung, navigieren. Aber es gibt noch ein, einige andere hilfreiche Dinge. Die werden hinzu, haben, keine Ahnung, kalt, kalter, Dicga, was ist Tab? Ich will doch, okay. Danke. Danke. Darf man in den Live-Core rein? Ja, darf man, aber nur, wenn du auf meinen Server kommst. Belana, kann ich... Ja. Okay. Warte, ich muss mal kurz was gucken. So. Warum geht das nicht an jetzt? Roblox ist da und... Ach nee, willst du mich verarschen? Lull. Aber darf nicht so zu weit weg. Bist du in die Richtung gegangen, wo ich mich versteckt habe? Oder in eine andere? Ja, schon. In eine andere? Nein. Also in die, wo ich hingegangen bin? Ja. Wie weit so insgesamt? Sehr weit? Ey, du wirst schon 100 Pro auf dem Baum. Auf dem Boden oder auf dem Baum? Auf dem Baum. Auf dem Baum, okay. Ich wusste es. Trotzdem, es gibt so viele Bäume. Deswegen, ja. Es ist ja fast jeder der gleiche, aber auch... Die sind gleich hoch, alle. Was ist denn das jetzt? Du warst in der Nähe von mir, weißt du? Ich war in der Nähe. Keine Ahnung, ich will da hin. Kannst du mich sehen? Elana? Ja. Kannst du mich sehen? Ja. Du kannst mich sehen. Sag nicht, du bist ein... Ich weiß, wo du bist, glaube ich. Nein, doch nicht. Warte. Dafür brauche ich ein bisschen was. Ich könnte aus ne Idee, was ich jetzt machen will. Also. Ich werde auf die Netzwerke als... der kostet Baum sein. Okay, ich gucke jetzt von oben. So bonenlos. Du darfst dich nicht bewegen, sag ich dir nur. Ich packe jetzt alle meine Blöcke, die ich habe. Da rein. Aber natürlich kein Ufen. Okay. Sticker, ich bin fast runtergefallen. Belana, kannst du mich sehen? Ja. Alter, du bist auf keinem Baum. Bist du auf dem Berg? Nein. Nein. Ich bin auf dem Baum. Auf dem Baum? Also, ist der Baum auf dem Berg? Nein. Alter, die Sonne, die wird ja krass blockiert. Och, Digga, ich glaube, du bist auf dem Berg, weil... Oder nee, deine Mutter ist auf dem Berg. Weil deine Mutter so fett ist, wenn sie auf dem Berg schwebt, denke ich, die Sonne geht unter. Digga, das sind einfach Bäume, die zur Hälfte geschnitten sind. Scheiße. Du bist gestorben. Ey, sag mal jetzt so insgesamt, wo du bist. Digga, du warst so in der Nähe von mir. Digga, wie kann ich dich nicht gesehen haben? Du bist auf dem Baum. Und auf welchem Baum denn überhaupt? Auf was für einen Baum? Wie sieht das aus? Ich werde doch einfach die gleichen sehen. Hallo. Nein, geh doch nicht raus. Ey, drück mal nicht. Ähm, ich sieg mal kurz nicht. Ich sag dann... Das ist nun. Ich glaube, bist du dieses nun. Scheiße, doch nicht. Warte. Okay, ich sieg mal kurz nicht mehr. Alter. Sneak mal lang nicht mehr? Ich sag dann, wenn du nicht mal sneaken sollst. Belena? Ja? Sneakst du? N-n. N-n. Was soll ich sagen? Ich geh jetzt auf den Berg. Kann ich jetzt auch fern zu sneaken? Du sollst gar nicht sneaken. Spring mal. Ja, springen. Du bist nicht in der Nähe von dir. Du bist nicht in der Nähe von dir. Bist du... Siehst du... Siehst du mich? Hm? Siehst du mich? Hm? Also, ich bin nicht auf dem Berg. Aber ich gucke... Ich gucke herunter vom Berg. Bist du da vor dem Berg? Ja. Ach, Digga, wie kann ich dich nicht sehen? Geh mal... Guck mal in die Richtung von mir. Und stell dich mal vor dem Baum. Stell mal vor dem Baum. Du Arsch! Du standest hinter den Scheiße! Warum? Guck mal... Digga, so weggekillt. Ey, Belena, wollen wir jetzt gleich schon Dings, weil es kommt ja keiner in den Dings rein. Hey, was? In den Server. Von welchen? In Minecraft. Lass mal in Roblox. Da ist auch ein neues Pet-Simulator-Update draußen. Nee, ich hab keinen Bock auf Pet-Simulator. Du musst aber Bock haben. Nö. Wenn du keinen Bock hast, muss ich dich um... Warum? Erkennst du diese Kinder, die immer so sagen, mein Vater ist Polizist, der wird dich erschießen. Ja. Okay, lass jetzt Pet-Simulator. Wieso jetzt? Warum? Ich hab keinen Bock. Okay, dann... Okay, du hast doch... Dein Ernst, Moritz. Was denn? Du hast gesagt, du hast Bock auf Pet-Simulator. Was machst du? Ich hab keinen Bock. Na, jetzt hab ich wirklich Bock. Belana, warte, geht noch nicht aus dem Server? Ich muss dir was zeigen. Ich will wissen... Ich will, dass du gekickt wirst. Nein! Wurdest du aber. Weil ich die Server abgeschaltet hab, aber chill mal. Roblox ist ja wirklich down. Hey, warum sind wir überhaupt rausgegangen? Keine Scheiße. Verkommt in kein Spiel mehr rein? Ihr Arschlöcher! Wer hat denn jetzt Roblox kaputt gemacht? Der heilige Geist! Mein, mein Hotzog! Hattie, was soll? Ja, wir gehen wieder in Minecraft! Ach, du, ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock. Ich zock jetzt was anderes. Hey! Jetzt können wir kein Break-In! Ist halt so, ist halt so. Ich wollte gerade so Break-In irgendwie. Ich auch! Warte! Hey, ich bin ja voll viele Grad Roblox. Ich versuch mal, in Break-In reinzukommen. Ach, Digga, Roblox ist so down. Ach, Digga. Hey, bei mir funktioniert Roblox gar nicht mehr. Bei mir auch nicht! Meine Freunde werden nicht mehr angezeigt! Mal, bei Malik steht Malik, wir haben Spaß! Ähm... Bei mir, bei mir steht... Guck mal, was bei mir steht. Digga, warte mal. Ja, Digga. Ey, Leute, wir gucken jetzt im 5.0.1 trailer. Leute, guckt ihr das? Guck, was bei mir ist! Warte. 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 Ach du Scheiße. Ähm, geht auf meine Bücher mal tragen, wie lange nachschaut dich kurz stumm. Warum hat Bonnie... Leute, warum hat Bonnie gerade so runtergeguckt? Hm, was ist das? Was? Pfff... Du musst... Du bist... Du bist ein Sicherheitsguard. Kann ich euch helfen, Officer? Hast du noch mal gesehen? Seit wann war Fabio drin? Also Fabio wollte mitsprechen, aber... So ein kleines... Ja. 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 Oh ja, äh, 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 sorry. Digga, deine Dings wird sich gleich so aufhängen. So, da. Was ist sie hier? Ich konnte nicht finden einen Sitter. Was werden sie? Sie wollen sie, wie sie. Du denkst, du solltest mir erzählen? Kannst du nach Hause gehen jetzt? Was bist du so afraid of? Er kommt. Ghost children. Possessing giant robots? Thanks für die heads-up. Technically they're animatronics. Tell me how to stop them. You don't. 27. Oktober. Bald kommt der 590 Freddy's Film. Ich glaub da... Der kommt erst in 6 Tagen raus. Ja, ist doch geil! Das ist ja bald! Mein Gott! Und dann... Und dann... Dann ist in 3... Wenn... Wenn 590 Freddy's Film raus ist, dann ist in 3 Tagen dann Halloween. Wenn der 590 Freddy's Film raus kommt. Hey, wann ist denn nochmal Halloween? Am 31. Am 31. Am 31. Digga, Leute! Ich will eigentlich an Halloween live gehen. Aber ich will Süßigkeiten sammeln. Ja, ich meinte so früher. Ja, ich will hier. Ja! Das ist gut. Auf jeden Fall. Am 32. Am 32. Am 32. Am 32. Am 33. Am 32. Am 32. Am 33. Am 33. Am 32. Am 33. Am 32. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Willi, na? Bilana, ist Roblox noch down? Ja. Hey Leute. Irgendwie... Irgendwie hab ich keinen Bock. Ich selber. Hey Bilana. Bilana. Bilana? Ja. Bilana! 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 Elkes? Bilana! B.... Bilana! Bilana! Bilalana! 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 BELANA! 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 Ich hör dich nicht mehr! Ich kann aber nur noch reden! Du bist ne Fette! Du bist ne Arme! Nein! Sie hat's getan! Warte, wir kicken sie mal kurz! Miau! Leute, wir kicken sie mal kurz! Wir kicken sie mal kurz! Ich hab das gehört! Wir kicken BELANA kurz! Das kann sie ja nicht hören! Wenn sie gesagt hat, sie ist full mute! Ja! Und hol sie wieder rein! Sie kann uns ja immer noch nicht hören! Sie ist ja zu dumm dafür! Was kann sie überhaupt? Sie ist so dumm! Oh mein Gott! BELANA ist so dumm! Oh mein Gott! BELANA! Hallo BELANA! Ich hab alles gehört! Es war alles nur Spaß! Bitteschön! Hier, das ist für dich! Jetzt bist du kein Zuhörer mehr! Ja! Das darf man nicht! Das gibt Mod-Abzug! BITTE! Ups! BELANA ist so BITTE! Ich darf schon Autofahren! Spaß! BELANA bist du schon im Auto gefahren? In Roblox! Ach Digga! Ich bin heute Golfkart rumgefahren! Zum Golfplatz! Digga! Golfkart fahren ist so einfach! Ich bin einfach nur... Hab einfach nur... Bin einfach nur... Ja! Ich bin Scooter gefahren! Scooter Digga! Bis dann ist dir da! Ist das einfach schon aus? Komm ma! Warte! Bin nicht wieder da! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, bin ja da. Bin wieder da. Ich habe Bock auf Minecraft, aber irgendwie so einen Server, der cool ist. Ja? Ja? Irgendwie habe ich keinen Bock. Das gibt einen Bann. Ja? 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 Ich habe gerade nicht mehr. Dann geht nur vier Jahre zur Grundschule. Und jetzt habe ich einen. Und jetzt habe ich keinen mehr. Dann gibt es einen. Dann gibt es einen Disstrack. Roblox ist nicht mehr down. Let's go. Let's go, Freunde. Hey, wo seid ihr? Join mal rein hier. Ich wurde gebannt. Ich wurde gebannt, schreibt Laven. Nein, nein. Du wurdest nicht gebannt. Roblox hat gerade Probleme. Du bist nicht gebannt. Heute Abend kannst du wahrscheinlich wieder normal spielen. Kennst du mich? Ja, klar kenne ich euch. Ich aber. Ihr braucht jetzt nicht alle von... Die Hardcore-Fans schreiben in den Chat. Ey. Kennst du mich? Natürlich kenne ich euch. Was schreibt Medina? Medina. Hallo und bitte halte dich an die Regeln. Erstens keine Spams. Zweitens keine Schimpfwörter. Und so weiter. Was postest du da? Das wird ein Disstrack gegen dich selber. Oh Mann ey. Digga. Ich mach Lami fertig. Nee. Erstmal kommt ein normaler Song. Freunde. Erstmal kommt ein normaler Song. Ich werde die nächste Woche singen. Ich... Oh danke, äh, Francesco, dass du schon Mitglied seit sieben Monaten bist. Was? Danke, hey, Francesco. Nächste Woche singe ich den Song ein. Aber ich mach den natürlich nicht selber, Freunde. Also ich mach den nicht alleine. Ich mach den zwar schon selber. Ich geh nicht zum Mikrofon, ich kaufe dir alles, was du willst. Wie heißt du? Danke. Wie geil? Du hast nicht zum Mikrofon sprechen. Du hast verloren. Nein, Spaß. Gib dir noch eine Chance. Wie alt bist du? Mhm. Alles klar, was willst du haben? Kannst du, was willst du haben? Ja. Okay, dann nehmen wir das schon mal mit. Das da? Mhm. Boah, das ist echt cool, ja. Einfach so eine Hot Wheels-Schanze. Nehmen wir mit. Willst du auch was haben? Mein Kindertrum war halt dieses Schwert, weil ich immer schon wollte. Entweder Laserschwert oder einfach irgendein Gewünschen. Dann holen wir dir das Schwert, würde ich sagen, oder? Nehmen wir mit für dich. Einmal den drauf. Was ist dein Lieblingsessen? Die Nudeln von meiner Mutter. Das ist sechs Kasse, oder? 176,96 Euro. So, hier sind eure Sachen. Ich hoffe, freut euch. Ich habe ganz viel Spaß damit. Das ist schön. High Five. Get the Fault. Perfekt. Danke. Ciao, ciao. Sprich nicht ins Mikrofon, ich kaufe dir alles, was du willst. in der Zeit mit Schubert, wer dir das jetzt š Katja, Mann zum Buch von Straut, Wir sind aber noch in der Zeit. Wie sch松 Doctor und der Pfland, Ey, wann kommt der neue Traum von Lonnie raus? Ach, Digga, Leute, irgendwie kein Bock mehr. Leute, Leute, guck mal. Wir sind keine Zuschauer. Wir haben keine Zuschauer. Ich werde das streamen, Leute. Das war's.